Hi, mein Name ist Michael Berns. Wir befinden uns auf der wunderschönen Anlage vom Golfclub Gutkaden. Ich möchte aus dieser Position zur Fahne spielen und ich habe sehr viel Bunker, den ich überwinden muss. Ich nehme einen Schläger mehr, als ich normalerweise aus dieser Entfernung nehmen würde, positioniere den Ball mehr beim rechten Fuß, das Gewicht deutlich mehr auf der linken Seite und spiele mit meiner normalen Schwungbewegung zum Ball. Probiert es aus, es wird euch helfen.